So, Kamera läuft, Freunde. Was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin wieder zurück. Es ist Sonntag, Sonntagmorgen. Ich sitze hier im Lab, habe gerade einen einstündigen Workout hinter mir. Dabei habe ich die letzte UFC-Night angeschaut. Sehr, sehr geil. Coole Kämpfe, waren auch ein paar langweilige dabei. Das ist echt schade, dass ich mich da nicht mit irgendjemandem darüber austauschen kann. In meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden, der das Ganze schaut. Also zumindest mal nicht so aktiv verfolgt, wie ich das mache. Genau, wir waren ja zweieinhalb Tage in der Bastai. Jetzt bin ich erstmal eine Woche wieder hier. Und nächsten Sonntag geht es dann wieder los, und zwar nach Spanien, um mit dem Inner Circle zusammen eine Mastermind durchzuführen. Wir haben, ich glaube, 12, 13 Teilnehmer. Das heißt, wir vom Inner Circle haben eine Finca und werden dort mit diesen Teilnehmern zweieinhalb Tage Zeit verbringen, mit den Learnings teilen, zusammen grillen, uns austauschen, relaxen, worauf ich mich natürlich auch schon sehr, sehr freue. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine Woche hier. Genau. Ansonsten, was gibt es Neues? Ich habe es ja vor ein paar Tagen, glaube ich, schon angekündigt, dass ich jetzt mehr in den Bereich Lebensqualität gehen will. Da werde ich demnächst jetzt mit Dennis einen Drehtermin vereinbaren für etwas Neueres, Größeres. Es wird die Größe der Academy haben. Es geht aber nicht im Schwerpunkt ums Business, sondern eher um das Thema Lebensstil, also Lebensqualität. Ich möchte meinen Lebensstil teilen, möchte dazu inspirieren, das ein oder andere vielleicht davon zu übernehmen, um happy zu sein. Genau. Weil das Ding ist, ich vergleiche das immer damit, dass das Business ein Spiel ist. Und das Schöne ist bei diesem Business, es verliert keiner. Es verliert aus dem Grund keiner, weil das Spiel immer weitergeht, weil es nicht endet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele da draußen dieses Business-Spiel so, gar nicht mehr spielen, sondern so hart durchziehen, als gäbe es ein Resultat, einen Gewinner, einen Verlierer, als würde es irgendwann enden. Wir arbeiten von Resultat zu Resultat. Und das macht immer nur kurzfristig glücklich, wenn du deine Ziele erreichst. Aber wenn du dieses ganze Spiel so spielst, dass das Spiel selbst tierisch viel Spaß macht, das ist dann richtig geil. Und darum geht es im Prinzip. Vielleicht wird dieses neue Format so ein bisschen den Untertitel tragen, Lebensqualität like a boss. Weil das wirklich eine Weiterbildung wäre, eher für Selbstständige oder die, die es werden wollen. Und die sind ja Bosse. Also Boss vom eigenen Unternehmen, vom eigenen Business und an Lebensqualität like a boss. Ey, ein bisschen Wortspiel. Ja, also das Konzept steht schon, die Inhalte stehen schon. Wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze produzieren. Ein Teil mit Sicherheit hier im Lab, aber ein Teil würde ich mir auch irgendwie in der Natur wünschen. Weil das auch ein großer Teil sein wird, mehr rauszugehen, das gewohnte Umfeld zu verlassen und so weiter. Aber ja, schauen wir mal. Also, dieser Monat ist davon geprägt. Und genau, ansonsten, die Academy wird und bleibt mein Herzprojekt. Gestern war wieder ein Meet & Greet mit Academy-Teilnehmern. Wir haben in mehreren Städten Deutschlands verschiedene Meet & Greeds durchgeführt. Und das war so geil. Wir haben dann in der Gruppe, wurden dann so die ganzen Bilder gepostet von Berlin, von Köln, vom Saarland, Hamburg und so weiter. Wir haben uns die Bilder geschickt, wir alle zusammensetzen und sich austauschen. Am Donnerstag jetzt werde ich eine kleine Biketour machen. War in erster Linie für Academy-Mitglieder gedacht. Aber ich glaube, das sind da sehr wenige. Im Moment nur zwei bis drei, weil das Kriterium für diese erste Biketour am Donnerstag war Mountainbike und Pedelec. Das hat was mit der Strecke zu tun. Und das sind dann doch nicht so viele. Also wenn du jetzt zuschaust, dabei sein willst, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Am besten auf Instagram, dann schicke ich dir weitere Infos zu. Vielleicht mache ich es auch für Leute außerhalb der Academy. Genau. So, das sind so die Highlights der nächsten Tage. Ich hatte gestern übrigens, ich weiß gar nicht, wie das Video aussieht. Ich bin heute Morgen aufgestanden und bin so erschrocken, weil mein Gesicht aufgeschwollen war. Ja, weil gestern war so ein Filmeabend mit meiner Frau und da war mal wieder so ein bisschen Chips-Inferno. Ey, und es muss an den Chips liegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich stehe morgens auf und ich sehe so, weißt du, so die Backen und Alter, ich gucke so in den Spiegel und denke, ey, was ist mit mir passiert? Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen weg. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber das wird auch nicht mehr so oft passieren, dass wir wieder so einen Chips-Abend machen. Aber ja, das war mal so ein schöner Cheat-Day. Hat irgendwie auch Spaß gemacht. Genau. So, Freunde, das als kleines Update. Wir sehen uns morgen wieder hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, du bist dann wieder mit am Start. Bis morgen.